Auf der Suche nach einem fesselnden Strategiespiel. Werde zum dunklen Gebieter. Und schmiede dein Reich aus den Feuern des Berges. Trainiere mächtige Kreaturen. Erschaffe deine Armee. Und wenn deine Macht gewachsen ist, stell dich auf der Oberwelt deinen Rivalen. Schmiede Bündnisse ohne um Freundschaft zu betteln. Mach dich bereit, das Herz des Sperges zu erobern. Und wenn deine Feinde aufbegehren, dann führe deine Streikkräfte in die Schlacht. Entfessle den Zorn deiner wilden Horde und steige auf zum Herrn des Berges. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!